Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Toni Janschke. Hermann. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalter ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Da macht der Elfer nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Da kommt der Steilpass. Podolski. Ecke Liverpool. Jetzt der Schuss. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Da kommt der Pass auf außen. Hereingabe jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und jetzt der Zug nach innen. Trauré. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Es gibt Freistoß gegen Gladbach. Richtig gesehen vom Schiedsrichter. Es gibt Gelb gegen Mönchengladbach. Genau so. Das war nicht gut vor Abwärts. Podolski. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Das war nicht. Endes dann. Der guck kann hier drauf laufen. Das war nicht. Das war nicht. Da wird sicherlich bei mir etwas in der Reine. Einen. Das war nicht. Pause bitte. Die Seite. Die Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.